Männer 2, bis 80 Kilo ist soeben vorbei und wir haben den hantierenden deutschen Meister Peter Schwarz hier, die mit stehen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Warten, durften wir einen O-Ringe nicht mit raufnehmen, oder? Nee, die Tunnel sind leider verboten. Kennen wir, kennen wir. Aber hier geht es ja auch nicht um irgendwelchen Schmuck oder sonstiges, sondern hier geht es ja genau um das. Und damit hast du heute gepunktet. An dieser Stelle ganz, ganz wichtige Frage, wer war dein größter Halt in deiner Vorbereitung? Das war definitiv meine Verlobte und danach meine Freunde, die Wettkämpfe mitgefahren sind. Mein bester Freund, der wirklich nach Bamberg gefahren ist, Urlaub genommen hat und die immer mich supportet haben. Und direkt danach kommt dann noch mein Coach, der Matthias Porthoff. Da kann ja nicht viel verkehrt gehen. Du hast ja jetzt gleich nochmal eine große Aufgabe zu bewältigen und zwar Gesamtsiegerstechen. Hast du da jetzt nochmal richtig Bock drauf? Ich habe richtig Bock, nochmal neben den großen, schweren Jungs zu stehen, auch wenn es wahrscheinlich nicht zum Sieg leigen wird. Aber ich habe einfach mega Bock, nochmal zu pausen. Das wäre nicht das erste Mal, dass jemand aus den kleineren Klassen die Jungs aus den größeren Klassen schlägt. Also Peter, streng dich an und vielleicht sehen wir uns gleich nochmal. Danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank.